ja bald hat leute willkommen in meinem kanal es geht weiter projekt 2021 so verdammt früh hier werden wir am letzten mal gespult stimmt so wo waren wir denn jetzt hier hat einen see schon der war glaube ich den ölrettich noch am säen dann hat man gesagt wollte man noch hier schnell wieder mal gras mähen damit man heu kriegen ja dann gehen wir erst mal rüber lassen den weiter fahren weil es kann nicht mehr lange dauern ist der maisreif und die sonnenblumen so dann lassen wir den mal weiter fahren nee da wollte ich nicht runter muss er denn jetzt da abfahrer einstellen kannst du das schon mal fertig machen so dann haben wir das dann gehen wir mal gucken der war noch nicht fertig ne wachstum ok ich laufe mal schneller hier so dann schnappen wir uns jetzt was anderes der andere war auch wieder unten ne ja schnappen wir uns jetzt mal die frage was nehmen wir denn kleines was großes was haben wir denn hier und der hat alles angehängt ach da nehmen wir uns da vorne ein egal 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 späte sommer haben wir ok so dann können wir den schon mal anschmeißen einmal rüber ja ist ja gut da sind wir so auf gehts einmal Rasenschnitt 3 glaube ich sogar schon dann bin ich mal ganz sicher weiß es echt nicht mehr jetzt sehen wir auch mal alles mit hier Der Weg ist es weg, oder? Oh, da bin ich einfach, naja, das passt wieder. Kannst du sagen, man bleibt bei der Hälfte stehen. Und ich habe jetzt inzwischen, oh, nur zur Weile weg. Ich habe inzwischen, ach ja, Futtermiche habe ich jetzt drin. Und eine stationäre Pelletsproduktion. Vielleicht kriegen wir tatsächlich im Winter noch ein paar Pellets hergestellt. Müssen wir mal ausprobieren. Und wir müssen gucken, was die Anlagen kosten. Kann ich nämlich noch nicht sagen. Aber die gucken wir uns gleich an. Vielleicht kann man euch schon irgendwas davon setzen. Aber ich denke mal, das wird auch für dieses Jahr der letzte Schnittzeit vom Rasen. Keine Uhr Schei-2". Keine Uhr Schei-2-2. Keine Uhr Zusammenge-2 von라고. mal gucken, was wir diesmal hier von rein kriegen so, wie wir das hier sehen, wie wir das hier sehen Wieso hat er da vorne die Hälfte stehen lassen? Verstehe ich nicht, aber egal. Ja. wenn man da selber fällt, ist doch doch größer, man kann es sehen, oder? Weil ich heute gehören würde, ich kann schon ein paar Goldpillets aber im Winter machen. Die kann man ja auch verfüttern, wenn man nichts mehr hat. Ich glaube die sind effektiver wie der normale heute, bin ich mir nicht ganz sicher. Und wir brauchen unbedingt die Migration. Ich weiß jetzt gar nicht, was hat man denn geplant für den nach dem Ölgrittichter? Ich wollte schnell mal, ob wir den da draufsetzen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall gemacht, aber ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Ich weiß jetzt richtig, warum tut und fertig bist. Ich weiß nicht mehr. Das war heute力. Er war's. Jetzt hab ich mich an. Will du einfach mal? Man. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin mal gespannt, ob man da noch vernünftig düngen kann, weil das Green Mowing oder wie der heißt immer, den habe ich rausgeschmissen. Dann werden wir ja mal wieder 100% kriegen. Wow. 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 Wir müssen hin, ja. Wow. Wow. Untertitelung des ZDF, 2020 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 hallo da ist stationäre pellets presse und 250.000 ups ich glaube da müssen wahrscheinlich kredit für aufnehmen so dann hat es 250.000 das andere war da ein futtermischer heu 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 stroh silage gut daraus 89.000 die kriegt man auf jeden fall aber jetzt zuerst machen weil ich noch nicht so mal schauen dann habe ich auch ein anderes gras um den ganzen habe ich gerade gesehen Oh, ist schon voll, ok, schon erwartungen, 155.000 waren das, schon 156.000, aber wir haben auch mehr geschnitten im Feld Jetzt haben wir ein bisschen angeln, dann könnten wir ja auch noch alles wegschneiden hier Ich denke, so drastisch ist es dann noch nicht Es ist kein Wübegegen da rein Ich weiß es nicht, auch vergessen, hallo? Na gut, dann mischt er fest Einmal haben wir, dann müssen wir noch ein bisschen scharf tragen Wunderbar, nochmal Wunderbar, nochmal Dreck mal grad gucken hier Da ist noch Wachstum Der Klee, der wächst noch Ich weiß nicht, ob wir den nochmal abkriegen Abwarten Also wir haben jetzt ein Gras 200.000 Passt Ich denke mal, wir werden das jetzt in den Fermento fahren Dann haben wir noch ein bisschen Gras-Silage So, das machen wir dann auch Alles raus So, das ist aber eng geparkt hier Können wir nochmal grad gucken Dann können wir nochmal leer machen Was haben wir jetzt hier? Gras habe ich reingeschmissen Gras-Silage 6000, also in den 4 Jetzt haben wir hier Auch das leer Ein GPS gemacht Hätten wir so viele Dinge gehabt Da haben wir noch gar nicht rüber gefahren Wahrscheinlich Auch das ist bei CCM 41.700 Müssen wir mal gucken Ist hier nochmal drinnen Ne, ist leer Ok Ok Da können wir nichts dran machen So, ich muss mal gucken 68 103 Und noch einmal Naja, noch nicht mal ne 100 3000 Ok Naja Müssen wir schauen Müssen wir gucken Müssen wir gucken Müssen wir gucken Das Ding könnten wir eigentlich verkaufen Da fahr ich nicht nochmal mit Nur durch Maisse Benötigt Kalk Mal gucken, ob ich den Kalkstreuer überhaupt Ich glaube der müsste hier hinten Da hinten ist er glaube ich Jetzt setzen wir den direkt um Da wissen wir in der nächsten Folge Auf jeden Fall Bescheid Dann müssen wir nämlich da Kalk drüber jagen Da müsste sogar noch Kalk drin sein Ja ist natürlich wunderbar Was sagt denn unsere Getreide Dings hier Kann man das nochmal annehmen Und wieso kann ich das tatsächlich wieder annehmen Der Bau ist schon wieder weg oder was Ernsthaft Manchmal vom Mann ist er da Manchmal ist er nicht da Ich verstehe es nicht 24.000 haben wir drin Also der nächste Saat steht nichts bevor Also der nächste Saat steht nichts bevor Spezial Saat Mal gucken, ob es was bringt Wir lassen uns überraschen Wir lassen uns überraschen Stimmt, da war was Dann fahren wir die aber jetzt nicht hier an Dann fahren wir da drüben an Das müsste dann hier sein Jetzt muss ich auch mal gucken Ich glaube ich hatte das Feld aber neu überraschen lassen Kurs generieren Ähm Feld Nummer 97 Ja ist aber noch drin Gott sei Dank Das ist drin So 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 das können wir lassen Ja Keine einmal rund fahren Das reicht bei dem 18 Meter 18 Meter 18 Meter Lass den jetzt fahren beim nächsten Mal Weil Moment Moment Da müssen wir mal nachgucken Ich glaube ich hatte nämlich einen anderen Streuer Der konnte beides laden Muss ich grad mal gucken Wo sind die Dinger denn nochmal Da Da ist er Das ist er Der kann nämlich beides laden Ne kann er hier nicht Kann der hier nicht Aha Okay Gebraucht Ach ja stimmt Ich habe einen neuen Mod angefischt Mit Gebraucht Fahrzeugen Stimmt da war was Fabrik neu Ist ja neue Und gebraucht 16 Minus 16 Dann 34 Ja Okay Stimmt den habe ich ganz vergessen Habe ich mein der konnte beides laden Naja egal Da müssen wir nächstes mal probieren Ach komm scheiß drauf Nein ich habe sowieso beide Das ist Welt Nummer 97 Wie gesagt ne Ja Äh F 97 90 Ich meine der könnte beides laden Ich meine der könnte beides laden Ich meine nämlich auf der anderen Karte wäre das nämlich so gewesen Aber das werden wir dann Das nächste mal rausfinden So das tun wir jetzt noch verschieben Äh Wie wird das denn jetzt gemacht? Ne Dann wollte ich aber nicht Komm ich jetzt hier wieder raus Komm ich jetzt hier wieder raus Ja ist ja toll Das ist auch nichts Hallo? Nein Zurück Ah So den werde ich jetzt im Ordner verschieben Wo ist der Kalpenordner hin? Hallo? So Durch den verkehrtes stelle Oder was? Nein Zurück Ah Jetzt habe ich ihn gelöscht Toll Das war jetzt der Vorführeffekt oder wie war das? Wo ist denn der jetzt hin? So da ist er doch Kalken In auch noch verschieben Aber hier ist kein Kalken auch noch Hä? Was ist das denn für eine Logik? Ne das ist autoreif Da haben wir nichts mit zu tun Moment Verstehe ich nicht so ganz jetzt Warum das jetzt nicht funktioniert Ich mich hier vertan Löff das Ding mal weg Wir erstellen eine Ordnung So Speichern Ah Jetzt passt Was habe ich denn gemacht? So Da ist der Ordner Kalken Da tun wir den jetzt rein Wie stand ich da hier so im Schlauch Kurs anhängen So haben wir auch gemacht So Machen wir jetzt hier aus Ich bin auf den anderen noch rüber Der müsste auch fast fertig sein Ja Ja Genau Abfahren lassen Machen wir das Licht aus Motor aus Abspeichern Und dann geht es zurück Zurück Dann geht es in die neue Folge So wollte ich das sagen So Speichern Zurück So Dann danke ich euch für die Zuschauer Und dann sehen wir das nächste Mal hier weiter Wenn es heißt wieder Projekt 2021 Bis denne Ciao Ciao